Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir sind jetzt hier immer noch am Turm von Milton, der verschwunden ist und die Mutter nach seinem Verschwinden dann angefangen hat die Türen zu versiegeln, um egal was Milton gefunden hat, es eingeschlossen zu verschließen, dass es nicht rauskommt. Ist natürlich die Frage, was hat er gefunden? Ich weiß es nicht. Da soll ich hier hoch? Luis ist unser anderer Bruder, der hat sich selber beschuldigt, dass das passiert ist und die Mutter von uns, also die gute Dawn, hat Edi beschuldigt, unsere Großmutter. Urgroßmutter? Großmutter. Jetzt kommen wir zu Luis. Ein Boot, okay. Das ist aber auch eine geile Idee, ne? So ein Boot einfach mit einzubauen. Okay. Okay, also das bleibt bestehen, sagt sie, ne? Da hat sie eine gleiche Verbindung zu ihrem Bruder. Okay. 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 Inspiriert von eigentlich allem, ne? Da steckt PS1 drin, da steckt der 64er drin, äh, Dreamcast auch ein bisschen von dem Würfel her, die Speicherkarten sind aber auch dann wieder Sony. Äh, das Gamepad. Das kann ich nicht sagen, das müsste eher Nintendo, Super Nintendo sein. Also so ein wilder Mischmasch. Da ist ein Brief. Dawn Finch. Okay, er war in der Psychiatrie. Ach, iiih. Ja, da würde ich aber auch psychisch einen wegkriegen. Tu? Tu? Ja, ich kann nichts machen. Was soll ich machen? Wanda? Ach, jetzt sehe ich es erstmal. Wir sind so ein kleiner... Was auch immer. I asked him to... Describe it. Okay. Holy shit. Multitask. Fledermäuse. Fledermäuse. Knochen. Nee. Ach. Holy shit. Da ist die heilige Tür. Die leuchtet. Heiliger Teppich. Heiliges Feuer. Was hat er gefunden? Oh, jetzt wird es aber... Ja, würde ich mir auch Sorgen machen. Vor allem an so einem scharfen Ding. Aber er sagte, Louis hat ein Modell-Employer geworden. Methodisch. Tireless. Fokussiert. Okay, ihm war das aber egal. Natürlich. Klar. Wenn eine gute Arbeit leicht ist. Da ist dunkel. Es wird immer größer und größer. Okay, die Fantasie... War so ein bisschen die Flucht, ne? Timmy. Timmy, komm. Wir sind der König hier. Ja, alles aber sehr, sehr friedlich, ne? Äh, wo bin ich? Ach, hier. Ich steck fest. Ah, nee, hier. Och, Gott sei Dank. Ja, sein Weg wahrscheinlich damit fertig zu werden, überhaupt, ne? Permanent irgendwie Köpfe abzuhacken. Okay, Bürgermeister sind wir geworden. Und er gewonnen. Und er hat ihn gewonnen. Ah, hab ich jetzt nicht gesehen. Äh, warte. St. Louis. Ganz für viele Städte kreiert. Also wir sind komplett drin. Komplett drin in der Fantasiewelt. Er war aus Prinzip. Regenbögen. Ja, tut mir leid. Da bin ich jetzt aber nicht so schnell. Bam. Harfe. Ganz friedlich unterwegs. Silberne Harfe. Warum war die Gold? His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Oh, jetzt sind wir ganz drin. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Oh, da ist ja schon einer, ne? Da kommt einer. Okay, jetzt sind wir weg. Vom Fließband. Da ist unser Spind. Die Konsole. Das, äh, äh, chinesische Restaurant, wo wir immer bestellt haben. Die einzigen, die geliefert haben, zu so einem Häuschen. Ah, das ist natürlich sehr schlecht. Hat sie so sehr da reinge... Da ist er. Da sind wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wer wir jetzt sind. Finch. Hey, Finch. Sind wir Finch? Oh, oh. Ah. Ja, das zeigt natürlich dieses Monotone, ne? Dass du irgendwann... Oh, sind wir auf dem Fließband? Mm-hmm. Including the wise Calico who had insisted on advising him. Who's there? Molly. His prince waited, holding his crown. Ach, du heilige. Ja, ich sehe schon. Er ist durch diese monotone Arbeit verrückt geworden. Durch diese brutale monotone Atemus... Äh, Arbeit muss man sagen. Hm. Bamm. Es ist natürlich die Frage, es bleibt ja immer offen, ob das wirklich jetzt so passiert ist, ne? Dass er sich da irgendwie jetzt den Kopf drunter gelegt hat und sich selbst geköpft hat. Jetzt fehlt ihm noch Dawn. Und wir. Aber ich glaube, wir müssten dann wahrscheinlich ja erstmal sowieso noch für Nachwuchs sorgen, ne? Damit der Fluch dann weiter bestehen kann. Oder? Okay. Nach der Beerdigung, äh, sagte die Mutter, wir sollen packen. Und der, der Edi hatte es erst ein bisschen später mitgeteilt. Das ist jetzt das Zimmer von der Mutter. Sie versteht, warum sie weg mussten. Ja, kannst du ja auch natürlich irgendwann nicht mehr ertragen als Elternteil, ne? Der eine verschwunden. Der andere hat sich geköpft. Nur noch eine Tochter übrig. Nee, Edith. Da kommen wir jetzt erstmal hin. Das sind jetzt wir. Die andere wird mit D-I-E geschrieben. Das sind wir. Oh, jetzt sind wir auch klein? Oder krabbeln wir? Das weiß ich jetzt nicht. Nee, wir sind nicht klein. Wir, äh... Krabbelt haben wir. Oh ja, da siehst du jetzt den Bauch. Das Journal. Okay, fangen wir mal an. Das ganze letzte Tag, Edi just watched his pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said... To our final night together. And all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very specific... Edith, I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our lives. I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh, das... Das ist sehr dunkel. Hallo, wo bin ich? Hier? Ich muss hier lang. Das ist der Keller. Aha. Hier waren wir noch nicht drin, in der Bücherei. Das ist das, was du Angst hast. Das ist das, was du Angst hast, nicht zu Ende, wenn du die Hausst. Edith hat ein Recht zu wissen, diese Geschichte. Meine Kinder sind totale, weil du deine Geschichte. Ich glaube, es ist besser, wenn wir Edith und ich verschwinden heute Abend. Okay. History of the... Finches. Aber wir wissen jetzt nicht, wer wir sind, ne? A ground? Okay, hier. Das ist das alte Haus. Aber als sie geboren wurde. Oh ja. Bist wieder am Ufer angekommen, oder was? Äh, wo bin ich denn jetzt? Dies ist ein Felsen hier. Kommen wir nicht zum alten Haus? Super gefährlich. Da ist das Haus? Okay, viele Sachen wurden natürlich dann jetzt freigelegt durch die Ebbe. Viele, die sie schon vergessen hat. Das ganze Haus. Boah, ist das der Auslöser für den Flug? Äh, wo, wo, was ist das denn für ein Auto? Tschö. Lebt wohl, folgte Großmutter. Wie sich das anhört, ne? Der Van. So ein Hundefinger-Van. Dies war schon, dies wahrscheinlich zum Haus, ne? Oh, das ist cool. Das ist nice. Wie, wie mache ich das? Ja, das ist nice. Ja, das ist schön gemacht. Also wirklich schön gemacht. Ach. Kann ich nicht pusten? Hm. Und dann war ich alleine. Dunkelheit mit den ganzen Geschichten. Und natürlich wollte sie Antworten haben. Aber? Wir kommen raus. Ich glaube, du liest es jetzt. Oh oh. Dann ist es ihr auch zugestoßen. Was auch immer. Aber die Mutter hat es ganz normal überstanden. Das ist, wo deine Geschichte beginnt. Ich bin sorry, ich werde es nicht sehen. Es ist viel zu fragen. Aber ich will nicht, dass du dich schuldig bist, dass ich weg bin. Ich will, dass du dich überrascht bist, dass jeder von uns eine Chance hatte, hier überhaupt zu sein. Good luck. Die Frage ist nur, was macht er jetzt alleine dort? Das Creepy House. Jan Sparrow. Oder Shirley Dillis. Ian Dillis. Gut, dass du da nochmal safest. Edith. Und dann auch noch so die ganzen Kinderfotos von den Entwicklern. Milton. Ja, das war wahrscheinlich so der Schutz, ne? Um so diese schlimmen Sachen so ein bisschen nicht mehr ganz so schlimm anzusehen. Weil ich was selber sagen soll. Also war auf jeden Fall, ist sehr bedrückend. Aber auch ein wirklich schönes Spiel, ne? Schön gestaltet. Schöne Geschichten. Bisschen makaber natürlich. Gaston und Gregory, die drei, zusammen. Der kleine Junge, der ertrunken ist mit den Spielfiguren. War schon heftig. Da ist er nochmal. Boah, da sind die drei, ne? Der Drache, die Badewanne und der Soldat. War das hier jetzt die Barbara. Dreadful Stories. Ja, jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was ist denn mit Edith passiert? Nicht mit Edith, sondern mit Edith. Also mit uns. Ne, äh, wir sind Edith. Was mit uns passiert ist. Und mit der Großmutter natürlich auch, ne? Ist sie dann doch nochmal dann, äh, ins Meer gegangen und wollte zum alten Haus? Vielleicht auch alles selbst vergiftet mit den Geschichten. Aber die Mutter ist ja ganz normal gestorben. Milton bleibt verschwunden. Nathan Gary. Ja, ich frage mich, ob da jetzt noch was kommt. Und? Oh, 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 oh. Was habe ich jetzt gemacht? Falschen Knopf gedrückt. Victor Sanchez. Playtesters. Da bin ich. Ha? Nicht gesehen, ne? Ha, ging zu schnell. Naja, ich war da. Ha? Hat man gesehen. Da auch. Ja. Links, links. Ganz, ganz. Ja, zu spät. Zu spät. Schade. In loving memory, Louis Finch. Simba. Beloved brothers of Eddie, son of dawn. Great grandson of Eddie. Memory. The end. Shit, das letzte Foto habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Mann. Ich war noch bei dem anderen. Okay, das war's. Das war's mit dem Spiel. Ein wirklich schönes Spiel. Muss man echt sagen. Also es ist wirklich gut gemacht. Mal was ganz anderes. Eine ganz andere Idee. Super. Hat mir wirklich gut gefallen. Auch die Geschichten natürlich ein bisschen bedrücken. Das war's ja gerade auch mal schön, ne? Nicht immer alles so fröhlich und alles. Sondern das war schon... Hat schon echt Spaß gemacht. Muss ich wirklich sagen. Natürlich würde ich jetzt gerne wissen, was mit Eddie passiert ist. Was mit Eddie passiert ist auch. Und was natürlich mit... Ja. Jetzt verstehe ich das mit den Blättern erstmal, sehe ich gerade. Sam war mit einer Kay zusammen. Und daraus sind die Kinder Gus, Gregory und Dawn entstanden. Dawn war mit einem Sanjay, also mit dem Sanjay zusammen. Und daraus ist dann Louis, Milton und Edith entstanden. Und die Edi war noch mit dem Sven zusammen. Walter ist durch Odin und Ingeborg wahrscheinlich, ne? Das ist ein anderer Stamm einfach. Denke ich mal. Genau, genau. Jetzt habe ich den... Jetzt habe ich den Baum. Perfekt. Es läuft. Es läuft. Okay. Wunderbar. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Kann ich nur empfehlen. Macht wirklich Spaß, ne? Da einfach mal ein bisschen zu entschleunigen und durchzugehen. Ähm. Ist auf jeden Fall super. und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, bis zu einem neuen Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.